Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Doom. Ich wollte gerade den Checkpoint neu laden, nachdem ich in der letzten Folge ja doch noch so abrupt nicht bei einem Dämonen getötet wurde. Nein, mein erster Tod kam durch Zerquetschen hervor. Also schauen wir mal, wo wir neu hinaus kommen. Okay, wir haben unsere Kettensäge noch. Wie sieht's denn aus? Aha, okay, cool. Klick, klick. Ah, okay, alles klar, das ist der Punkt. Alright. Das Ding haben wir, das war der, ja okay, cool, er hat einen Checkpoint erstellt, nachdem wir hier das Area geklärt haben. Alrighty then. Hier? Ja. Alles klar, hier war die Kettensäge, hier kriege ich Munition, da gab's HP, du hältst die Fresse, bitte. Hm. Hopp, 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 hopp. Auf jetzt! Bam! Hier gibt's HP. Blau-Emmo haben wir alle. Aber ich möchte eigentlich erst noch... Na! 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 Geh weg! So. Also, wie wär's denn, wenn wir mal gucken... Was ist denn das hier? Okay. Whatever. Done. Na! So. Hm. 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 Schild. Muni. Dann, äh, nicht wieder zerquetschen lassen. Nein, nein, nein. Wo soll ich denn dann jetzt lang? Einfach nur... Hallo? So. Da unten komm ich her. Hier los. Oh. Boop. 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 Klick, klick. Schick. Ammo-Zeug. Wie wär's denn, wenn wir mal unsere... Keternsäge ausprobieren, hm? ... Nicht laggen. Böses Spiel. Hi. Yes. Ammo. Cool. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Leute. Aber es sind so viele... Warte, na gut. Ich beschwere mich jetzt darüber, dass es so viele von diesen blöden Possessed-Läufen sind. Aber... Das werde ich wahrscheinlich noch bereuen. Hallo, Dämonenportal! Meins. Tuck, tuck. Oh, hallo. Hm. Unser... Doom Marine... Hat Laune, wie's aussieht. Patz. Goink. Ah, na. Hm, hm, hm. 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 Wapp! Was ist mit dir, ha? Zack! Alter, diese Imps! Bleib hier! Gib mir HP, danke! Shit. Dann halt die Säge. Hello again! Hä? Yes! Danke sehr! Joink, joink! Joink. Joink! Alter, wie viel scheiß Munition das Ding droppt. Die ich noch gar nicht benutzen kann. Danke. Na, 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 na. Oh, hallo. Noch ein Kandidat. Da ist HP. Das ist toll. Ja, danke auch. War's das? War's das? Okay. Destroy Gornest. Check. Satellite. Nicht check. Yellow Card. Nicht check. Was mit dir jetzt wieder? Du behinderter Bugpilot. Hallo. Ja, und jetzt? Danke. Na, 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 na. Jeden Scheiß muss ich draufdrücken. Da. 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 Huh? Huh? Hey, süß! Hallo! Ah cool, jetzt kann ich beide benutzen. Ja, okay. Warte, kannst du? Kann ich nicht. Meins! Klick, klick. Fully modded. But if you have two mods available for a weapon, you can quickly switch between them by pressing R. Klick, klick, boom, boom. So. Fui! Cool. Ja, auf Ranged Shot ist das bestimmt nett. Hallo, gelbe Keycard. Ja, 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 schon klar. Patz! Hm, 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 hm. Bäm! Ne. Soll ich jetzt hin? Wieder den Weg zurück zum Gelben, oder wat? Hm. Wir wärst einfach mal mit geradeaus. Punkt. Hm. Spart, Moni. Hi! Hier kenne ich mich aus. Man. Hi. Welcome to the UEC's Mars installation. Merkated in the vast Alice Plain Impact Basin. This high-tech mining and research facility is pushing the boundaries of the imagination each and every day. As a valued employee, your loyalty is more than just a commitment to the UEC. It's a commitment to the future of mankind. Thank you for your service. Thank you for your service. Aha. Yes. Braucht kein Schwein. Gibt's hier was? Ich will was. Gib mir was. Was ist das denn? Feuerlöscher. Erlok control. Oh, 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 der hat was. Gib, 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 gib. Bitte. Heavy assault rifle. Okay. Although recently superseded by the plasma rifle as the UAC's standard-issue weapon, their heavy assault rifle is still in widespread use due to its dependable mechanical firing mechanism, high accuracy at long-range and an abundant supply of ammunition. The weapon is effective at all engagement distances and is best used against a solitary target, unless a micro-missile modification is present. The standard-issue ammunition is a 50-cal fun time round. Okay. 50-er-kaliber, vollautomatisches Maschinengewehr. Warum nicht? No mods equipped. Läuft mit dem Viech. All righty then. Wo rennen wir denn lang, ha? Hallo. Cycling-Airlock. Alles klar. Nettes Ding. Gut, bei dem würde mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Dingens fehlen. Boom. Also bei dem Rifle würde mir jetzt ein bisschen zu fehlen. Was bist du? Create a suit up... Was? Berserk-Mode? Alles klar, Bruder. Bots! Hahaha! Nice! Hello again! Only! 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 Glory kills are accepted! Ich will nicht wieder zurück zu meinen Schusswaffen! Das war toll! Boom! Hi! Boom! Wie ist es mit dir? Boom! Oh. Oh, ging noch. Ging noch. Okay. Was? Fick dich, Lower Ammo! Ah! Au! Hey! Mach keinen Scheiß! Yes! Ah, 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 ah! Tada, dada, dada! Ah, 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 ah! Meine Güte! Next! Boom! Wer denn noch? Cooles Upgrade Der Burst Shot war auch nice Aber das hier ist auf Distanz irgendwie cooler, finde ich Volle Munitionssparender Lecker Amor Das, der sieht toll aus Das will ich Das ist mein Rifle Rifle Joink Ja, toll Ich hab trotzdem noch kein Weapons Commit Shotgun Frack Grenade Heavy Assault Rifle Die 4 ist das Rifle Why Ich krieg aber auch nur Shotgun Munition Warum ist das Rifle die 4? Hab ich was übersehen? Kann ja gar nicht, oder? Ich mein, ich bin in Mission 2 Hi Don't know Hm Wir haben schon die Kettensäge Und das Rifle jetzt bekommen Es kann noch nicht Ich kann nicht eine Waffe übersehen haben Sie werden einem eigentlich schon Ziemlich gut präsentiert Hi Hi Ich habe eine Shotgun. Ich bin sowas von autorisiert. Hello. Nice. Fick dich. Fick dich. Oh, schön. Oh, 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 oh. Schaut mal, da oben. Kleines Männchen. Wie komme ich da hoch? Hm, 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 hm. Da rein? Nope. Da, hoch. Hoch, hab ich. Okay, hi. Hey. Ey! Na? Wer will noch was? Wie komm ich da hoch, hä? Ich will das kleine Männchen haben. Hallo? Hm... Don't get it. Don't get it. Tja, Leute. Und wir haben unsere 20-Minuten-Grenze erreicht. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich werde im nächsten Part das kleine Männchen weitersuchen. Alright? Kann ja nicht so schwierig sein. Bis dahin bin ich raus. Blanker out!